Das wird lustig. Also, Melvin möchte das Angebot annehmen, was ich ihm unterbereitet habe, was ich schon dir erzählt habe. Was ist mit den vier Eisen? Mit den vier Eisen Seeds. Die er bekommen würde. Ja, dann muss er noch mehr ein Routdisches verdienen. Ja. Ja. Nichts ist umsonst. Nicht mal der Tod. So, Switch Launcher. Das können wir von mir aus mit jedem Seed machen, wenn du willst, dass du mir vier Stück davon vorzeigst und ich dir dafür den Seed angebe. Du bist im VC aber noch nicht auf dem Server. Was fällt dir ein? Boah. Okay, warte. Warte. Das war eine Kampfansage jetzt, ne? Das Erste. Warte doch. Weil als erstes runterfällt. Also du, wenn du spawnst. Hehehe. Warte doch. So spät. Nein, ich mach das so wie du es gesagt hast. Na ja, du spawnst und fällst sowieso uns nichts. Boah, wo kommst du denn nicht? Äh. Ich seh dich. Hm, ich seh dich. Hm, ich seh dich. Natürlich, du hast ein Jackpack. Ja. Mein Chickenbone ist immer noch. Ich hab unendlich Erze mit. Alter, was ist so unendlich? So viel Erze, ich weiß gar nicht wohin damit. Hm, du kommst nicht mal auf ein Eisen. Du kommst nicht mal auf einen Aluminium Nugget. Oder Inget. Und du hast ein Iron Nugget? Loool. Ja. Wie, was geht denn bei dir ab? Ich weiß. Zack, der nächste. Wo hast du das jetzt hergenommen? Äh, hab ich immer mit dem Inventar gehabt. Cheater. Du bist Cheater. Cheater. Stellt ihn an die Wand. Nein. Soll ich mal Fiesseil und die Kiste abbauen? Nein. Sicher? Nein, nein, nein. Nee, nein, nein. Hallo. Oh, nein. Nein. Aufhören. Nein. Passiert doch nichts. Da ist doch nichts Wichtiges drin, oder? Ja, aber ich muss das aufsammeln. Wieso du? Ja. Kennst du noch das Spielzeug? Auch. Ich hasse den mal knelten. Nein. Der ist doch cool. Ähm, das war deine, stimmt's? Der Rest hat mir gehört. Alter. Das machst du jetzt alles. Warte mal. Das war mein Buch. Das kriegst du nicht. Fuh. Wie ist denn schon ist die Kiste voll? Hä? Ne, warte mal. Das? Hä? Egal, Äpfel kannst du behalten. Ich hab mehr als genug davon. So, jetzt brauche ich noch mehr Crushed Ohr. Äh, Iron Ohr. Ja, mach das mal. Neh mal hin. Ich hab zwei Stück. Warte mal. Muss ich die was graben? War nicht so sehr. Da, bitte. Da, bitte. Da, bitte. Na, sammelst du endlich mal ein? Ey, sag mal Melvin. Ey, es reicht langsam. Hast du gehört, was ich vorhin noch dazu sagte Melvin? Wir können das von mir aus mit jedem Sieg machen, den du brauchst. Mit jedem Erz. Ne, also, Eisen okay, aber den Rest muss er dann selber herstellen können. So, äh, ja, vier Minuten, in denen ich jetzt nichts wirklich gemacht hab. Je nachdem was es ist, werde ich halt den Preis holen, aber dass ich wenigstens sehe, dass du es herstellen kannst. So, Clay läuft, aber hier hätt ich auch noch was drinne. Da. Hm, das muss ich springen. Äh, das. Ich brauch viel. Äh, Leute, ich kann hier Install herstellen. Ich hab so viel Closter. Piu. 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 Ja, guuuu. Das ist... Kann man eigentlich mehrere Sachen gleichzeitig thieven? Äh, inwiefern? Äh, genau, inwiefern. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sechs Gravel hat, die will man sieben. Ja, du setzt sechs Thieven nebeneinander. Ach so. Oder aber, wenn du neun hast, compressst du dir und machst ein Compressed Thief. Und für die ganz vollen machst du ein automatisches Thief. Ui. Ist dir bestimmt zu hoch. Ach, Melvin, ein tolles Internet. Leck ich wieder? Gerade eben hast du geleckt, ja. Äh, Mann. Äh, ich wollte... Den wollte ich auf jeden Fall anziehen. Piu. Für das brauche ich auch keine... Oh, zum Glück habe ich Netherrack hergestellt. Zweiunddreißig Stück. Oh, das reicht für den Ofen. Und das... Und das... Und das... Dann brauchen wir auch das da. Haben wir hier. Und seinen Stein. Und jetzt brauchen wir auch noch den Engineering Hammer. Dazu brauche ich zwei Eisen. Einen String. Und zwei Stöckchen. Melvin, hol das Stöckchen. Nein. Hol das Stöckchen. Nein. Hol das Stöckchen. Nein. Hol das Stöckchen, du heutige Töle. Ne, Quarztieps sind eine, der mich nicht verbraucht. Das kann ich schon mal machen. Hilf. Hilf mir. Bei dir kommt jede Hilfe zu spät. Das stimmt irgendwie. Siehste. Schön, dass du mir nicht gibst. Was? Was? Was hast du gerade gesagt? Äh... Genau das. Für alle Zuschauer. Das war Melvins Vater im Hintergrund. Er hat bestimmt eine positive Nachricht für das Erziehungslager in Russland bekommen, für das ich jetzt keine Werbung mache. Aber Melvin muss da hingeschickt werden, denn die neunjährige Rotzgörre tanzt den Eltern auf der Nase herum. Also so bin ich auf jeden Fall nicht. Sehr, sehr pflegeleidig. Ja. Bist du ein Hund? Also ein Katzenklo in die Ecke und ein Fressnapf, das reicht. Okay. Ich stelle dir gleich ein Fressnapf in die Ecke. Ich habe hier drei Stellen für das Katzenviel für meine Ex. Drei? Ja. Na, Wasser, Trocken und Nassfutter. Ja gut. Wow, hast du wieder was gelernt, hä? Ach, wenn kleine Kinder noch dazu lernen. Äh, ey. Ja, Melvin. Sprech dich aus. Was ist dein Problem? So, jetzt, jetzt, ich sag, was mein Problem ist. Ja. Du. Ach so? Ja. Ich bin dein Problem? So ist das. Oh nein! Ich bin dein Problem, ja? Nein! Nein! Lass den Jungen doch mal arbeiten, sonst kommt der niemals in seine Sache. Warum? Der war grad auf meiner Insel. Der war... Der macht nur Blödsinn! Ey, Melvin. Ich mach gleich wirklich Blödsinn. Also... Vielleicht fang ich an. Ist das eine Kampfansage? Ich werde richtig rebellisch jetzt. Also... Da kenn ich nichts. Ich warte. Komm, zeig mir, wie rebellisch du sein kannst. Äh... Was wird das? Der Löffel ins Müsli. So. Da hast du ein Problem. Warum? Ich ess kein... Ich ess kein Müsli. Kein Müsli? Das hab ich nicht kommen sehen. Was für ein Schwein steht denn hier grad neben mir? Das hat mich einmal gehauen und jetzt lässt es mich in Ruhe. Das sieht aus wie Melvin. Das Huhn sieht aus wie du. Heißt... MHF Pick. Was? Arschloch! Was haust du mich einfach? Der hat meine Würmer gekocht! Was für Würmer? Du hast Würmer. Iiiiiiiiihhhh! Jetzt hab ich voll den falschen Tank gebaut, ey, danke! Silkewürmer! Für die Bäume! Oh, ein Glas muss in die Mitte. Ups! Wer hat die gekocht? Ich. Wer hat die gebraten im Ofen? Ich. Toll. Soll ich das sagen, warum? Du kannst es gern abkratzen, die Reste. Ich bin YouTuber, ich darf das. Wow! Oh, der musste jetzt kommen. Das ist so ein richtiger Insider. Irgendwie schon. Dass Melvin den kennt. Das haben wir dir mal erklärt, glaube ich. Der Ofen ist noch nicht fertig. Warum nicht? Das, das und das. Wieso brauche ich denn jetzt noch? So, Edmarsiv. Drei, sechs, neun. Dann machen wir das erste Mal. Tschüss, Zombie. Äh, Sense. Ich schreib noch mal Sense her. Grei Eisen hab ich schon mal. Das reicht aber hinten und vorne. Nenn ich eins, zwei, drei. Ich weiß. Sie macht neun Stück, muss ich noch mal machen. Toll. Wo bekommt man den heißen Eisen raus? Äh, aus allen dreien. Am besten ist aber, wenn du den Iron Mesh dann drin hast. Iron Mesh? Ja. Ich hoffe, das hält es noch aus. Ich hoffe, es hält das aus. Und das hält was aus? Der Flugtaschettpack zum Melvin rüber. Deswegen hab ich einfach einen Shortcut-Pilster-Schaum gemacht, dass ich im Notfall einfach so... ...mich selten kann. Bitteschön. Danke. Habe ich irgendwann mal einen Kill frei. Du hast schon angenommen, zu spät. Ich bin irgendwann im Untergang geweint. Apropos, ich hab doch hier On-Mas-Vita gestellt. Ich wollte doch so ein schönes Körbchen herstellen für die Hühnchen. Und da hätte ruhig noch mehr sein können, okay. Das heißt Gravel 7. Gravel, Sand oder das. Aus das kriegst du halt Redstone raus, was du auf jeden Fall brauchen wirst. Mhm. Aus Sand kriegst du Melvin-Köpfe raus, die wirst du auch brauchen. Ich will nicht wissen wofür. Um sie dir in den Popo zu stecken. Wie? Warum ist doch nur dein Kopf? Das muss ich an einen bestimmten Film denken. Hancock. Und genau, ich bekam jetzt gerade kurzzeitig nicht auf den Namen. Diese eine Szene. Ja, immer nass. Gleich steckt dein Kopf in seinem Arsch. Das ist aber auch episch. So, ich habe jetzt... Hä? Hast du das falsch gemacht? Wie habe ich denn die Dinger... Ach, ach... Und jetzt erst mal Hermann. Mö, seine Schuld. Ja, ja, immer meine. Ja... Ja, warum auch nicht? Ja. Äh... Wo hab ich denn die anderen Hühnerhaufendinger... Sobald die Arena gebaut ist, Alk. Sobald gebaut ist. Ah, dann bist du dran, also, ne? Ne. Wollt ihr eins auf eine Arena? Äh... Vielleicht auch, vielleicht. Vielleicht. Klar, warum nicht, eigentlich. Wäre ja nicht verkehrt, da so ein Ding zu haben, wo man Melvin... immer weghauen kann. Ich hau dich gleich weg. Ey, ich bin PvP-Profi. Ich hau dich und dran weg. 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 Das ist keine Taktik. Doch. Irgendwann bist du tot, weil du auch kein Essen mehr hast. Aber ich auch nicht. Scheiße. Ja. Aber ich hab... OP-Äpfel. Ich nicht. Siehste. Leg dich nie mit Aiki an. Toll. Und die OP-Äpfel hab ich aus meiner Mob-Farm. Das soll was zähsten. So. Oh, nee. Das reicht nicht, oder? Nee. Scheiße. Ich brauch nochmal eins, zwei, drei, vier... Nether-Dinger. Eins, zwei, drei, vier... Ja. Was ist denn bitte schön Nether-Dinger? Ähm. Ein gebranntes Nether-Rack. Nether-Bracks. Genau. Weil ich mir den Ofen hier grad mache. Mit Ofen? Den... Den... Blast-Furness. Ich hab doch... Ich brauch bloß Redstone bei mir unten in die E eine Kiste hauen. Und dann hab ich ne Redstone... Äh ne... Ne Zeric-Farm. Puh. Oh, geil. Okay. Ja, lö, ne? Sowas von lö. Nee, nee. Machen wir grad was anderes. Was, du hast nen Diamant bekommen? Für nichts tun? Nein. Ich muss erst einmal die Folge beenden.